Oh, Andi, abbrechen, 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 abbrechen. Oh, nein, jetzt, wir haben es nicht geschafft. Die Runde müssen wir jetzt noch spielen. Mach mal was. The night is young and you're so beautiful. Showdown. Ja, da wir es nicht geschafft haben, rechtzeitig die Spielersuche zu verlassen, was wir jetzt eigentlich machen wollten, gibt es jetzt einfach noch eine Folge, SWAT auf The Rig. Hast du noch da, Andi? Ja, bin ich. Ah, cool, oder? Und bin voll anwesend. Voll motiviert. Das ist so blöd, ne? Man hat eigentlich schon, oh, Müff ist wieder in unserem Team. Nix. Nix. Oh, ich glaube, wir haben sogar die gleichen Gegner wie eben. Oh, jetzt schon kein Bock mehr. Wie? Führung verloren. Oh, Mann, ey, weil der so verzögert sterben musste, bin ich aufgestorben. Die Führung übernommen. Mann. Hier wieder dieser typische Moment, man zielt und man geht aus dem Zielen raus, weil man angeschossen wird. Sonst hätte ich ihn getroffen gerade noch. Komm, Schuss erzielt. Genau. Das ist total wichtig, weil das ja auch logisch ist bei einem Spiel, wo man natürlich unfassbar bleibt und Deckung suchen hat. Oh, ja. I, B, M, 10. Spasti. Okay, da oben. Oh, ja, natürlich. 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 Die Führung übernommen. Oh, nee, wo denn? Wo standen die Arschkrampe? Oh, Mann, ey, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Scheißspiel. Die Führung übernommen. Überwitter ab. Einer ist von der Brücke. Einfach ab. Hier läuft ganz gut, ey. Ach, ich spiele einfach scheiße. Wo willst du denn hin, Dicker? Wo willst du denn hin? Hä? Auf halbem Weg zum Sieg. Was? Der ist vorhin. Ich habe gekritten. Moment, das ist okay. Hallo, das ist gut. Hi. Servus, gut, beide. Oh, nein. Mann, was mache ich denn? Komm, bring mich um. Ich habe es verdient. So scheiße, wie ich gerade war. Ja, und ich habe ihn noch einmal gesehen und habe ihn umgebracht, ey. Ja. Das war so lächerlich. Oh. Alter, ist das dein Ernst, dass du da hinten rumstehst? Du verfickte Drecks. Baaah. Was soll denn das, Alter? Was geht denn in den Köpfen von diesen ganzen Rumstern ab? Nix wahrscheinlich. Einfach nix. Jetzt liegt seine Leiche hier. War doch zu erwarten. Da. Oh, jetzt kommt der von der anderen Seite. Oh. Oh ja, da steht er. Nein, nein. IBM. Dings. Da, hab ihn. Was ist denn, Kind? Ich sehe gerade nicht, warum ich auch noch sterben kann. Oh, Gott, er denn da. Oh, nein. Da ist immer noch ein Dude. Frachtbereich wird angekündigt. Na ja, ich habe dich wenigstens gerecht. Ach, da waren noch zwei andere. Drei andere. Wer wieder da hin? Ja, ja. Ich glaube, ich. Ist der, ist der gegen die Wand gelaufen? Was ist denn los mit ihm? Verstaunlich wenig geschossen. Ich dachte, ich bin richtig rasiert, ey. Na, ich war eher so okay. Ach, wir waren alle okay. Ne, hier, Gyanji war ziemlich gut. Also Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, like, teilen, kommentieren, abonnieren. Tschüss. Bye. Dia, ich binittäin. Also Leute, ich bin ganz schön fertig,